So, ich glaube... Ja, jetzt, okay, jetzt können wir auch anfangen. So, das, was ich nämlich vorhabe. Es gibt auf der offiziellen amerikanischen Warrior Cats Website einen Shop. Es gibt einen Shop mit offiziellen Merchandise. Ich war da noch nie drauf. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber wir werden uns den Warrior Cats offiziellen Shop zusammen anschauen jetzt. Es lädt. Ich bin sehr gespannt. Okay, alles klar. Ich bin... Ach, du Kacke. Ach, du, ach, du, ach, hey, was ist das? Das sind einfach Köpfe mit Beinen. Was gibt, was ist das? Oh, was ist das hier? Notebooks, okay, alles... Ach, hey, es gibt mehr, als ich dachte. Wir werden gleich Spaß haben. Wir werden sehr viel Spaß haben. Klicken wir einfach mal rauf. Oh, und dann... Okay, das gehen wir jetzt erstmal durch. Okay, das ist ThunderClan. Rückseite, Vorderseite, das ist der DonnerClan. Der DonnerClan, DonnerClan. Okay, kann es sein, dass wir ziemlich viele DonnerClan-Dinge haben? Oh, SternClan. Ach, hey, ach, du, je. Ey, bitte, bitte, lass es Wald der Finsternis geben, ey, wenn es Wald der Finsternis gibt, ne? Das wäre mal toll. Okay, erstmal SkyClan. Ich glaube, das ist fast dasselbe Bild, dass das VolkenClan. Und das hier ist DonnerClan. Boah, das Symbol ist halt anders. Aber eigentlich... Neh. So krasser Unterschied ist da jetzt nicht, ne? So, okay, StarClan. Erstmal pink. Pinken StarClan, oh ja. Damit laufe ich morgen in der Schule rum, weißt du? Machen wir weiter. ShadowClan. Der Schattenclan. Joa. Ne Katze. Das sieht ein bisschen aus wie Flussclan eher, ne? Es ist, ja, okay, Schattenclan Moor, aber mit Schattenclan verbinde ich tatsächlich eher so Kiefernwälder, ne? Das sieht fast so aus wie der Flussclan. Aber es ist schön dunkel und schattig. Oh wow. Ähm, deshalb passt es ja doch. Ach, da ist der Windclan. Uh, da ist sogar was anders. Ich glaube, diese, diese Kringel ist vorher nicht dabei gewesen. Das ist interessant. Flussclan, uh. Ne Brücke? Mhm. Das würde ich halt gerne wissen, weil ich glaube nicht, dass es diese Brücke im Flussland Territorium gibt. Aber es sieht auch sehr schick aus. Also, vor allem, dass sie das halt in der Silhouette immer gemacht haben von der Katze. Und dass die Katzen auch immer unterschiedlich aussehen. Es gibt kein Wald der Finsternis T-Shirt, glaube ich. Es gibt noch das hier. Okay. Als Logo einfach. Ich finde, das sieht so aus wie eine Mischung aus Donnerclan und Wald der Finsternis, weil die Bäume so ein bisschen ausgerottet aussehen. Wald der Finsternis hat ja leider kein Logo. Nee. Ey, Wald, ein Wald der Finsternis T-Shirt. Mit so einer verblutverschmierten Katze. Mit so Schneeschopf mit der Narbe. Das wäre doch mal was. Also, naja. Das kann man wirklich fast gar nicht erkennen. RiverClan Epic Youth Retail T-Shirt. Yo. Das ist so für die epische Jugend. Accessories. Ach, herrje. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Fans von Notebooks, aber ganz ehrlich, das ist ein geiles Design. Warte, was? Bin ich blind oder ist das I bei Feuerstern einfach ein Aussufezeichen? Ich bin mir nicht so sicher, ob das geplant ist. Ach, hey, ne Kette. Yo. Ne Kette einfach. Also, ganz ehrlich, das habe ich, ich habe halt wirklich gedacht, dass wir einfach uns jetzt nur Kleidungsstücke anschauen. Aber nee. Ne Kette. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ist bestimmt nicht super hochwertig. Nicht schlecht, aber ey, cool. Okay. Okay, das ist ein, das ist ein Arm, das ist doch ein Armreif, oder? Ja, das ist ein Armreif. Oh, Pins. Einfach zum an die Klamotten klatschen. Yo. Hier schon wieder dieses Muster. Das sieht irgendwie aus wie ein neuer Clan. Aber ist es nicht. Ne, das ist der Wolkenclan, Windclan, Donnerclan, Flussclan, Schattenclan. Sternclan scheinbar. Auch wenn es aussieht wie irgendein, keine Ahnung. Und ja, Wald der Finsternis fehlt mal wieder. Ha, ich will ein Wald der Finsternis-Logo haben. Ich will's. Jetzt sehen wir es nämlich auch. Ja, das ist tatsächlich Sternclan. Das soll der Sternclan sein? Na ja, muss man sich dran gewöhnen, aber okay. Und das ist der Schatten. Das sieht, das sieht halt wirklich cool aus, das mit dem Schattenclan. Das sieht super aus, finde ich. Okay, Wolkenclan ist, sieht nicht aus wie eine Wolke, sieht jetzt aus wie ein Baum. Ja, Donnerclan, irgendwie sieht das schon fast eintönig aus. So, ja, hier ist ein Blitz. Ja, Harry Potter. Hui. Und dann ist hier so grün. Ja, das war's. Irgendwie finde ich den ein bisschen langweilig, ne? Wolkenclan ist doch ein Baum. Okay, jetzt bin ich selbst verwirrt. Wolkenclan, Wolkenclan, bist du ein Baum? Ich habe nichts gesagt, Wolkenclan ist wirklich ein Baum. Okay, cool. Wolkenclan ist ja wirklich ein Baum. Ich denke, die ganze Zeit, Wolkenclan, das müssen Wolken sein. Aber nee, Wolkenclan ist natürlich ein Baum. Ah. Windclan, das sieht irgendwie auch nicht so schön aus. Ich meine, ja, man erkennt, es ist Windclan. Aber, mh, Flussclan. Okay, pff, ist halt eine Sonne, die untergeht. Normalerweise hat das Logo ja keine Sonne, aber ich finde das tatsächlich so schick. Warte, warte, was? Ein Fell, ein Graustreif Fellball. Ey, super. Ich würde einfach sagen, das ist ein flauschiger Anhänger. Aber Graustreif? Graustreif? Wie? Wie ist... Was? Das ist so ein Fellball, was Graustreif so ausgespuckt hat. Ich weiß, er hat seine Ohren mit ausgespuckt. Genau, er hat seine Ohren einfach... Homeware. Ja, die Bilder laden gleich. Ah, okay, Kissen. Ui. Jetzt sehen wir das Design auch mal komplett. Aber auch, okay, typisch, typisch Marketing-Sprache. Das ist, das sind keine, das sind keine Kissen. Nein. Das sind keine Posterkissen. Nein. Das sind epische Posterkissen. Also, die sind schon... Eui, 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 ne? Ich weiß nicht, ob ich so ein Kissen mir kaufen würde. Ich meine, es gibt das in verschiedenen Größen, ne? So ist es nicht. Aber für 40 Euro, ich weiß ja nicht. Der Wolkenclan. Tough und powerful. Ist es nicht so ein bisschen dasselbe? So ein bisschen so... Sie halten viel aus und sie sind stark. Weisheit und Wunder. Ja, das passt auf jeden Fall gut, ne? Und das ist halt immer so, man weiß nie, wie das in Wirklichkeit aussehen wird, weil das einfach ein Kissen ist, wo sie einfach dieses Rechteck drauf gefotoshoppt haben. Es ist so... Windclan. Ich weiß nicht, was ich zu diesen Designs immer sagen soll. Es ist halt alles wunderschön und schön minimalistisch. Ich würde mir das als Poster an die Wand hängen, halt wirklich, ne? Aber ich bin mir nicht... Als Kissen. Als Kissen. Aber das sieht auch, das sieht halt wirklich episch aus ein bisschen, ne? Mit diesem Mond im Hintergrund. Wir scrollen weiter nach unten. Das sind Magnete. Okay, die öffnen wir einfach auch alle mal. Ja, das ist halt ein Magnet, ne? Was soll ich, was soll ich... Dazu kann man jetzt wieder nichts sagen. Man kann diese Sprüche halt wieder sehen, wo man sich denkt... Come on, diese Sprüche wurden halt auch wirklich nur ausgedacht, damit sie sich verkaufen lassen, oder? Ja, geschmeidig und skill. Können und geschmeidig. Das würde auch zum Windclan ja passen, ne? Oder beim Windclan halt... Okay, Schnelligkeit passt auf jeden Fall zum Windclan. Aber Stärke? Ich bin mir nicht sicher, ob Stärke da so angemessen ist. So... So... Grace würde halt zu Windclan auch passen. Also, come on. Und dann Donnerclan... Courage and Honor. Ehre und Mut. Stealth und Secrets. Also ja, der Schattenclan hat das Klischee, dass sie geheimnisvoll sind. Aber Tarnung? Der Schattenclan ist der Haudrauf-Clan. Nicht der, ich laufe jetzt weg und bin richtig geschmeidig-Clan. Das war's mit den Stickern. Dann schauen wir uns die Sachen nochmal an. Okay, das sind Collectors-Pins. Shake. Shake. Aber auch cool. Cool, cool, cool. Was es alles gibt. So. Stifte? Du wirst die coolste Katze an der Schule sein. Mit dieser Exquisition Warrior Cats-Federtasche und Radierer. Das ist... Achso, das ist hier... Das hier ist ein Radierer. Das ist ein Stift. Weil sowas ist ein bisschen... Hier, so eine Federmappe. Nimmt man einfach ein paar Sticker, die man sich selbst ausdruckt und dann... So, was haben wir hier noch? Haaah. Magnetisches Lesezeichen. Das klappt sich sozusagen zwischen eine Seite und bleibt dann da. Schon wieder Stifte. Das sind ganz normale Herz-Emojis. Come on, da kann man sich auch ganz normale Emoji-Stifte holen. Das ist nicht so eine... Nein, mach weg. So eine Tasche. 100% luxuriöses Polyester. Luxuriös. Die Tasche ist luxuriös. Okay. So, das war's mit dem ersten Teil von zwei, wo ich mir den Shop von Warrior Cats anschaue. Denn die Plüschtiere verdienen auf jeden Fall ihren eigenen Teil. Das wird nochmal ziemlich komisch werden. Wann der zweite Teil rauskommt, weiß ich noch nicht. Falls ihr dieses Video hier gerade schaut, während es den zweiten Teil schon gibt, werdet ihr den in der Videobeschreibung oder in der Infokarte finden können. Wenn der zweite Teil draußen ist, werdet ihr übrigens auch in der Beschreibung den Original-Livestream finden können. Da könnt ihr nochmal alles ungeschnitten euch anschauen. Jetzt aber vielen Dank fürs Schauen des ersten Teils. Die Plüschtiere werden ja noch kommen. Bis zum nächsten Video. Und bis dahin, möge der Stern-Clan euren Weg erleuchten. Hashtag Waka-Klobrillen.